Die Weisheit der Eule, die Welt ist ihr Zeuge, über dir die Eule, denn sie beschützt dich, über dir die Eule, keiner wird blibblischt. Hallihalle Leute, hier ist die Eule, was geht? Ja, es gab doch einen Wunsch, dass ich doch mal den Multiplayer zeige und... Ja, das tue ich jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Das sieht gut aus, neue Rekruten. Äh, ja. Und zwar wollte der Viruskiller das, dass ich doch das einmal zeige, wie das hier ist im Multiplayer. Und, ja, schauen wir mal, ich habe das mal, glaube ich, einmal oder zweimal gezockt. Ja, war ungewöhnlich, beziehungsweise anders als Call of Duty. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt hier gleich enden wird. Weil man doch sehr darauf fixiert ist, wenn man immer nur Call of Duty zockt. Aber, ich gebe mein Bestes. Ich denke mal, das wird Herrschaft sein. Denke ich mir mal, so. Ich laufe mal dem Dödel hier hinterher. Sie ist denn ja nicht gestorben gerade. Hm, egal. Jetzt holen wir uns erstmal, bäh. Wo ist bäh? Wie komme ich da hin? Hier so, nee. Hier oben, obber hin. Das lief schon mal gut. Okay. Wir verlieren C, glaube ich. Wir verlieren C, glaube ich. Das hätten wir ja schon mal. Jetzt gehen wir mal hier zu Or. Ich misse aber hier nicht rein. Mir scheint hier relativ wenig los zu sein. Das ist auch irgendwie so ein Sniper da. Ja, da haben wir noch mal Glück gehabt. Das ist ein guter. Aber wo ist denn jetzt hier... Spielt da kein anderer mit hier bei den Gegners, oder was? Das ist ja doof. Irgendwo ist hier einer der... Achso. Das war jetzt einer von uns. Ist natürlich blöd, dass ich euch so eine Runde hier zeige, ne? Ziel verfehlt. Helga ist im Vorteil. Neue Befehle ablassen. Hä? Oh, das muss ja nicht sein. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt verloren haben. Ja, was habe ich denn hier? 2 zu 1, jo. Okay, da waren nur 3 dabei. Hm. 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 Ja, egal. Dann machen wir einfach hier. Hier weiter. Was das jetzt für eine Runde gibt. Hm. 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 Wie nennt man das? Schwerbehebig? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was das heißt. Also ist nicht, flippt nicht so die, die Steuerung, finde ich. Könnte dann so Sprengkommando sein, denke ich mal. War ein sehr netter Park hier. Ach, scannen kann man hier auch, oder was? Achso, ne. Das muss man ausrüsten bestimmt. Okay. Hm. Verdammt. Schilder aktiviert. Aufgeladung, schaff. Ja. So, ah, hab ich schon mal kaputt gemacht Na, die haben ja heute schon mal gespielt Da haben die sich in so komischen Ecken immer verstanden Glück gehabt Nein Nächstes Mal umschalten, ich hab immer hier Stick reindrücken, immer ducken und nicht Nahkampf Ja, das ist doch mal was Achtung, genannte Bereiche einnehmen und halten Sie dürfen nicht in die Hände der VSA fallen Bravo, sicher Ach wie, jetzt ist das auf einmal Herrschaft hier? Dass man da in einer Runde verschiedene Spielmodi hat Ich weiß nicht, ob das jetzt so eingestellt ist oder ob das immer so ist Gucken, ob wir den halten können Woppa Ach, der ist neu Der ist von uns gewesen Wo ist denn A? Ist da oben? Dann gehen wir mal hier längs Das ist natürlich blöd, wenn man die Die Karten nicht kennt Das ist natürlich jetzt blöd Bist du gerade bei A und dann Wer liefst du denn? Ah, ich muss hier hoch Ah, es war so klar Verdammt Können wir mich wiederbeleben? Nein Ich glaube nicht Ah, kann er doch Das ist ja cool Dank dir Ja, das ist einer von den Gegnern Wo ist er hingelaufen? Hier Gucken wir mal, ob wir mal hier unten den von C wegkriegen Da ist schon einer von uns jetzt hier Verdammt Hab ich zu spät gesehen Da holen wir uns Schadi doch mal wieder Bis jetzt ist das mal nicht schlecht So als Abwicklung zu Call of Duty Ist das jetzt nicht so verkehrt? Verdammte Scheiße, Mann Kommt da wieder einer raus, Mensch Dann hole ich mir den anderen Punkt hier Der war ja nicht schlecht Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe Aber Noch eine Tag Spiele voll Noch eine Tag Gute Schande unter Kontrolle Ist ja auch komisch, dass das Schild von denen dann nicht irgendwie kaputt geht. Das ist aber eine knappe Wurst hier. Was muss ich verteidigen? Kann man den wiederbeleben? Kann ich das auch? Nee. Mist. Das war jetzt ja gar nicht so schlecht da hier. Das war doch mal eine richtige Serie an Kills hier. Was ist das hier glaube ich? Suchen und zerstören. Dann müsste es hier... Ja, diese Sprengkommande wieder sein. Mal gucken, ob wir da... Wer schießt da auf wen hier? Achso, ich muss verteidigen. Okay, die campen da wieder rum. Mal gucken. So, wusste ich gar nicht, dass man da durchgehen kann hier, das ist ja tricky, tricky, würde ich sagen. Gucken, ob da gleich noch einer kommt. Wo ist denn die Zeit da oben? Drei Minuten haben die noch. Geh doch hoch. Ich hör doch was. Ich hör doch was. Dings, ich check, wo die sind. Ich glaube, die sind oben drüber, aber ich versuche hier langzusneaken. Und? Roll. Den hätten wir dann nachher. So. Jetzt muss ich hier nach Obbe. Vielleicht kriege ich den von hinten irgendwie hier. Okay. Verdammt. Das war jetzt doof. Und immer wieder eine neue Herausforderung hier, diese neuen Maps zu checken. Moin seins. Ich habe ja Glück gehabt, dass die direkt da vor mir stand. Ich denke mal, die wird jetzt gleich einer bei A kommen. Bis jetzt noch nicht. Noch eine Minute. Und wiederholen. Noch eine Minute. Jo. Wo ist denn jetzt hier die Party, ey? Wo ist denn jetzt hier in der Nähe? Wo ist denn jetzt hier in der Nähe? Guck schon, bitte, 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 bitte. Ja, wenigstens wenn ich den Sprengwand entstärft. Mission gewonnen. Ja. Das sehe ich auch so. Ja, Leute, also das war jetzt eine Runde Killzone Shadowfall. Ja, ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Also ihr könnt gerne mal drunter schreiben, wie euch das gefallen hat. Oder mir erklären, was ich da jetzt gespielt habe. Ich habe keine Ahnung. War mir einfach mal ganz witzig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.